Ja moinsen meine Bruts und willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir sind in der Azuria-Höhle und heute werden wir gegen das fette Ding kämpfen und werden es fangen. Und Brodingos immer dran denken, wenn euch die Folge gefallen sollte, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von mir sehen, lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Lange rumlaberisiert, jetzt geht's los. Gänsehaut, Alter. Gänsehaut, ich ass da aus! Mewtwo erscheint. Und es pusht mehrere Statuswerte. Ich weiß nicht, auf welchem Level es ist. Es kann sein, dass es Level 70 ist. Oh, es ist Level 70. Scheiße. Ich hab halt nicht mal geheilt. Ach je. Aber was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Wir könnten Totoks Mega-Entwicklung machen und unsere Werte auch pushen und dann halt nonstop im Surfer draufgehen. Ja, Ding ist aber, Totok hat halt nicht mehr allzu viele Tasten im Schrank, was die EKP angeht. Aber wir gucken trotzdem, ob wir das jetzt in viereinhalb Minuten schaffen, ihn zu besiegen. Ich hab jetzt 30 Sekunden rumperlabert, Alter. Was denn hier los? Psychokinese. Ich glaub, wir schaffen das nicht. Ich glaub, wir schaffen das nicht. Wow. Ja, fuck, Alter. Vielleicht doch. Wir müssen mal gucken. Wir müssen halt nur schauen, dass wir mit... Ja, das Ding ist halt, das Mewtwo wird schneller sein als Simsala. Dementsprechend wird mein Gedankengut nichts bringen. Oh mein Gott, Alter. Ach, Simsala, mein kleiner Brot. Das werden wir niemals in drei Minuten schaffen. Also, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir die drei Minuten rum haben. Also, jetzt die Zeit hier, was da passiert. Oh, nice, 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 nice. Und nochmal pushen. Wir pushen uns jetzt so lange, bis unser Spezialangriff so hoch ist und unsere Spezialverteidigung, dass Mewtwo, nichts mehr machen kann. Das dauert zwar seine Zeit, aber was soll ich tun? Hilft ja nichts. Ich werd mich auch gleich wahrscheinlich heilen. Nochmal. Also, die Frage ist, wenn die Kampfzeit vorbei ist, können wir dann quasi nochmal gegen ihn kämpfen? Oder ist dann Feierabend? Das ist die Frage. So, wir heilen uns erstmal auch mit einer, ich würd sagen, Top-Genesung. Jetzt aber ganz schnell. So, und wir müssen gucken, also wenn unser Spezialangriff gleich so unfassbar hoch ist, durch die Statuswetterhöhung und so und auch die Spezialverteidigung. Dankeschön, Alter. Vielen Dank. Ich mach jetzt am besten mal den Zauberschein. Und er pusht sich auch. Scheiße. Steigt sogar stark an. Ja, dann müssen wir es jetzt so lange machen, bis es besiegt ist. Und ich sag mal so, es hat ja gar nicht so wenig Schaden gemacht. Guck mal, jetzt sind wir schon bei der Hälfte. Mann, Kinds. Tja, Mewtwo, das war's dann wohl. Und ich dachte erst mal, scheiße, Bruder, ich muss aus dem Kampf raus. Und, ah, so kritisch es auch klingt. Aber was macht ein Zauberschein? Was bringt das eigentlich? Hä, nein, was? Fuck it. Das füllt erst mal die Hälfte seiner Lebenspunkte auf, ne? Ja, war klar. Ich wollte nachgucken, was Zauberschein bringt, Alter. Hä? 80 Stärke, okay. Lass mal... Ja, es wird doch sehr knapp. Die Frage ist, ob wir dann gleich nochmal gegen ihn kämpfen dürfen, ne? Weil wenn, dann werde ich gleich alle meine Sonderbombons benutzen. Und, äh, Simsela aufleveln. So, was bringt die Psychokinese? Noch weniger. Ach du Scheiße. Ja, das ist halt so ein Kackkampf, ohne Witz, ne? Wow. Er heilt sich ja nur noch auf. Wie soll man ihn so besiegen? Da kann man nichts machen. Das geht nicht. Ne? Das geht nicht. Lol, Alter! Gönnt das Spiel dann doch jetzt nochmal! Der Volltreffer gerade eben, Alter. Das war aber unfassbar krass. Jetzt müssen wir halt entweder auf noch einen weiteren Volltreffer hoffen, oder dass Mewtwo sich nicht mehr aufhält, weil das ist halt übelst nervig so. Wie soll ich ihn denn besiegen, wenn er sich nur am Hallen ist? Ich kann da halt nichts machen, so. Es tut mir leid. Ja? Da kann man halt nichts machen. Da kann ich mich zwei, dreimal mit, äh... Ja, äh, den, äh, Ding ins Kirchen, äh... Oh je, 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 je. Pushen, aber... Bringt nichts. Bringt nichts. Das war's. Jetzt macht er nochmal Psychokinese. Ja. Aber wenn das jetzt kein Volltreffer wird, dann war's das. Aber, das ist... Da kann man halt nichts machen. Ja. Ja, sorry. Kann ich nichts für. Kann ich nichts für. Ich hätte mich vielleicht vorbereiten können, aber ich mein... Lass doch einfach die Zeit rumgehen. Was soll das denn? So. Naja. Was passiert jetzt? Verschwindet er? Wie seh ich denn aus? Wie seh ich denn aus, Alter? Als ob ich das jetzt hier zulasse, dass der... Dass ich nicht mehr gegen ihn kämpfen kann. Nein. Das mach ich so nicht mit. Ähm... Ist halt ein scheiße unfairer Kampf. Klar, ich hätte mich vorbereiten können und meine Pokémon aufleveln können. Auflevel 70, aber... Ähm... Das muss ja auch so möglich sein. Ich mein, du wirst ja schon direkt, nachdem du die Pokeliga gemacht hast, getriezt... zur Azuria-Höhle zu gehen. Na, und was wir jetzt machen werden, wir werden Simsal aufleveln. Wir haben ja irgendwie 20 Sonderbonbons, die werden wir benutzen. Da kenne ich gar kein Padon. Ich werde auch so viele Bonbons wie möglich in die Initiative stecken, weil... Na? Was soll das denn? Das ist... Das seh ich nicht ein. Dass ich hier so... äh... verarscht werde. Ja, also von daher... 18 Sonderbonbons auf... Ja, wobei nicht... Vielleicht nicht 18, aber... So, bis Level 75 werde ich ihn jetzt pushen. Weil sonst hast du ja keine Chance. Sonst hast du ja leider keine Chance. Wir müssen halt bedenken, okay, so wenn wir jetzt, äh... mit den Level-Ups... mit den Spezialangriff und auch die Spezialverteidigung von... Ja, ihr seht's ja hier von... von Syndola so übertrieben hochpushen. Ey, Mario, wir machen immer so 2, 3... Initiative pro Stat. Manchmal so... Ja, das ist halt das Krasse, ne? Also warum das nicht nutzen? Und dann werde ich gleich noch ein paar Bonbons benutzen, um die Spezialverteidigung und den Spezialangriff zu erhöhen. und auch die Initiative. Weil, wie gesagt, anders hast du keine Chance. Das ist halt das Ding. Flott-Bonbon. Mit 17 Stück. Ach du Scheiße, das geht auch mit Level höher, oder was? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so viele Bonbons, äh... auch Flott-Bonbons für Simsela verbraucht habe, oder? Habe ich echt so viel gebraucht davon? Krass. Ich bin auf Simsela gegangen. Warum wird das dann abgebrochen? Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen genervt von der ganzen Sache, ne? Was soll ich sagen? Ich meine, es reicht ja natürlich nicht, dass Mewtwo auf L70 ist. Nein, da wird natürlich noch ein bisschen weiter gepusht und so. Ist halt auch übelst geil. Also von daher... Schon hart. Vor allem will ich gar nicht wissen... Ich will gar nicht wissen... Wie die Leute am Verpacken sind, die gerade die Pokémon-Liga fertig gemacht haben und somit Level... Knapp 50 hier reingehen. Das muss ja richtig wehtun. So, dann haben wir noch ein paar weitere Grips-Bonbons drauf. Es bringt ja nichts. Anders können wir Mewtwo nicht bekämpfen. Tut mir leid, dass ich mich hier so aufpushen muss, aber... Wenn selbst ein Simsela mit dreimal Gedankengut nichts bringt... Und ihr habt ja gerade eben gesehen, wie das abgelaufen ist. Das ist halt Feierabend. So. Speichern das Ganze ganz kurz ab. Aber dass es so hart wird... Gar nicht mit gerechnet. Ganz ehrlich. So. Aber wir dürfen zweitens mal die geile Sequenz sehen. Ich meine, da müsst ihr euch mal die Pokémon XY-Sequenz vergegenwärtigen, als man nach der Pokémon-Liga gegen Mewtwo kämpfen konnte. Und dann im Vergleich das hier. Das ist schon krass. So. Sind wir schneller als Mewtwo? Mit Level 76 und einem erhöhten Initiative-Wert. Hoffen wir es. Nein. Nein, ist er nicht. Und natürlich muss er seine Spezialverteidigung übelst pushen. Zu Anfang. Als hätte er gewusst, dass ich jetzt so in den Kampf reingehe. Also ich sag mal so, in einem ersten Versuch besiegen, das kannst du knicken. Und vor allem, kacke ist es halt auch. Und vor allem auch voll unnötig. Äh, die Kampfzeit. So. Was soll das? Warum beschränkt man den Kampf auf eine Kampfzeit? So, ich meine... Das macht einfach keinen Sinn. Ich verstehe es einfach nicht. Naja. Wie viel Schaden macht das jetzt? Oh, das ist schon süß. Na, natürlich... Ja, ja, genau. Das ist klar. Vor allem, wie wir jetzt eine Minute verschwenden, um einfach unsere Werte zu erhöhen, Alter. Was halt nichts bringt, weil erstens mit der Psychokinese die Spezialverteidigung runtergeht. Zweitens, seine Spezialverteidigung ist jetzt so um so ein Vielfaches erhöht, als wir unseren Spezialangriff erhöht haben. Also, wird auch das wieder ein Ding der Möglichkeit sein. Ich glaube, einmal darf ich noch. Es ist ein Ding der Möglichkeit, ihm überhaupt noch Schaden zuzufügen. So, man darf ja die Werte, glaube ich, fünfmal pushen. Also man darf fünfmal Gedanken gut einsetzen. Also, solch wertsteigernde Attacken und so. Und jetzt probieren wir nochmal das Gleiche mit dem Zauberschein. Auf geht's. Hoffentlich hat's was gebracht. Junge, das ist so einfach so... Ja. Es ist halt das Gleiche, was wir vorher auch an Schaden gemacht haben. Genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche wie beim letzten Kampf. Das müsst ihr mal bedenken. So, macht er zweimal Amnesie und wir machen einfach den gleichen Schadenswert wie... Ja, das war so klar, Alter. So, er macht zweimal Amnesie rein und es hat einfach den gleichen Schadenswert wie beim letzten Kampf. Komm, Volltreffer drauf. Aber er wird jetzt eh wieder Genesungen einsetzen wie, äh, wie gerade eben. Nach und nach und nach und nach. Wie viel AP hat Genesung? Zehn Stück. Weil wenn er zehn hat, dann ist es halt unmöglichen zu besiegen. Das schafft man dann nicht. Ja, danke schön. Es sei denn, man macht Volltreffer. Also, das ist halt so ein beschissener Dreckskampf. Klar, Unnicht-Pokémon haben eine gute Chance. Aber ich hab auch kein Unnicht-Pokémon im Start. So, also. Ich hoffe, er flüchtet nicht irgendwie. Das wäre halt übels Abfuck. Ja, machen wir direkt mal eine Himbebeere drauf. Wird zwar überhaupt nichts bringen, aber wer weiß. Wer weiß. Kommen Sie heran! Ich denke, das hier wird noch viel, viel schwieriger sein als ein Fang von Lavados, Zapdos und Arctos. Loll, wie ich ihn trotzdem noch in der Luft getroffen habe. Was sagen Sie jetzt, Sirius? Ja, ausbrechen. Man kennt's. Ich sag euch, wenn er jetzt flüchtet, ne? Ich raste aus. Aber er kann eigentlich nicht. Das ist ein länge leeres Pokémon und die dürfen an sich gar nicht flüchten. Weil wir haben doch schon in der Kampfzeit gezeigt, dass wir es drauf haben. Hä? Achso. Ach, Bruder. Hör auf, den Ball wegzuschlagen. Machen Sie doch hier keinen Harakesh. Ja, mal gucken, wie lange wir brauchen. Mal gucken, wie viele Bälle dafür draufgehen werden mit diesem Fang. Ihr fabelhaften Wurf. Gucken, ob das gegönnt wird. Ah, schade. Ja, mach noch öfter deine Drecksruf, so Sau. Okay, der ging etwas weiter übers Ziel hinaus. Ja, geil. Also, sehr harter Kampf. Sehr harter Kampf. Ich will gar nicht wissen, ne? Was passiert wäre, wenn wir nicht mit Simson da draufgegangen wären. Weil ihr habt ja gesehen, Turturk war in einem Zug weg. Und das, obwohl unsere Pokémon... Ich hatte das erstmal falsch eingeschätzt. Ich dachte, okay, unsere Pokémon sind zu Level 50. Aber nein, die waren Level 60 aufwärts. Und trotzdem hat die Psychokinese von Mewtwo so einen Schaden gemacht. Und das Ganze trotz der Megaentwicklung. Das ist krasse. Das müsst ihr echt mal, äh... Bedenken, äh. Das ist hammerhart. Vor allem, was ist denn jetzt, ne? Was... Wenn man jetzt ein richtig fairer Sportsmann ist und sagt, okay, ich habe ihn nicht innerhalb der Zeit besiegt. Ähm, er ist verschwunden. Okay. Ich werde ja nicht mehr gegen ihn kämpfen. Also, er ist halt weg. So. Da wäre meine Frage dann. Natürlich. Da wäre meine Frage dann so. Taucht er wieder auf? Hat man nochmal die Möglichkeit, irgendwann gegen ihn zu kämpfen? Oder ist er dann für immer weg? Aber wie gesagt, die Kampfzeit ist so unnötig. Klar will ich, äh, wenn wir damit ein bisschen, äh, Challenging, äh, einbauen und so. Aber warum beim Kampf? Ich meine, gerade gegen ein Pokémon, das auf Level 70 ist und, äh, das stärkste Pokémon der ersten Gen ist. Da eine Kampfzeit von 5 Minuten einbauen? Ich meine, ihr müsst jetzt mal in Relationen sehen. Relaxo hat eine Kampfzeit von 5 Minuten gehabt. Mewtwo auch. Wo ist der Bezug, Alter? Wo ist der Sinn dahinter? Verstehe ich nicht ganz. Also, von daher gesehen, äh, geht das nicht in meinen Kopf rein. Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein, so, warum Mewtwo auch eine Kampfzeit von 5 Minuten bekommt. Und, mal ganz davon abgesehen, dass es übertrieben unnötig ist, generell eine Kampfzeit einzubauen. Das ist richtig unnötig. Das ist meine Meinung. Ich finde es einfach total, keine Ahnung. Muss nicht sein, finde ich. Weil es übt so einen Druck aus und... Im Endeffekt, wenn du die Kampfzeit nicht schaffst, jeder Spieler wird das Spiel nochmal aus und wieder anmachen. Also, es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. So, kein Spieler wird so ein richtiger Allmann sein und sagen, die Kampfzeit ist vorüber. Ich lege den Joy-Con beiseite. Und dann ist es gegessen. Das sagt ja kein Schwein. Niemand wird das machen. Jeder wird das Spiel aus und wieder anmachen. Und, äh, ähm... Niemand wird danach speichern. Das ist ja übelster Schwachsinn. Also, von daher... Naja. Mal abgesehen davon, dass die Shiny-Hunter sowieso das Spiel ständig neu starten werden. Und nach wie vor verstehe ich heute auch den Sinn der Kampfzeit nicht. Außer der Tatsache, dass man das ein bisschen mehr auf Challenging machen möchte. Aber als wäre es nicht schon challenging genug, einen Mewtwo zu besiegen und dann auch zu fangen. Also... Keine Ahnung. Gibt's einen weiteren Sinn dahinter, oder... Weiß ich. So, wir haben noch knapp 100 Typa-Bälle. Werden auch wahrscheinlich den ganzen Part dafür brauchen, um das Mewtwo zu fangen. Hä, ich hab doch... Ach, Sirius! Aber sagt mal, ihr eure Meinung zu diesem ganzen Schema, zu dieser ganzen Thematik von wegen Kampfzeit und so. Schreibt's mal in die Kommentare. Ich würde mich interessieren, ob ihr ein Verfechter davon seid, ob ihr das cool findet, so. Oder... Haut einfach mal raus. Komm schon. Komm schon jetzt! Es will einfach nicht reingehen. Ja, Kai, ist ja ein legendäres Pokémon. Ist ja klar, dass es nicht direkt reingeht. Hab mal Geduld. So. Die Leute, die das sowieso ständig sagen, die wissen... Das waren auch die Leute, die dann immer in Pokémon X und Y gesagt haben. Boah, die legendären Pokémon lassen sich so leicht fangen. Direkt im ersten Versuch Xeranias. Bla, bla, bla. Die meisten von den Leuten, die mir in die Kommentare geschrieben haben, so... Ja, Kai, was holst du so rum? Das sind legendäres Pokémon. Was erwartest du von wegen Fangrate und so? Bla, bla. Aber wenn man sich so Pokémon X, Y anguckt, da war die Fangrate der legendären Pokémon so ultra gering. Man konnte die halt meistens schon im ersten Versuch mit dem Flottball fangen. Ja, ne? Und da haben sich auch alle drüber aufgeregt. Und jetzt gerade, wo ich halt sage, Alter... Es geht halt übelst auf den Sack, dass er ständig wegspringt. Und das kannst du halt nicht sehen. Und dann gehen die Bälle halt vollflöten und so. Ja, Kai, rege ich dich auf. Es ist ein legendäres Pokémon. Was erwartest du? Ich könnte aber jetzt einen Meisterball werfen, aber... Nein. Das gönne ich dem nicht. Das muss doch mit dem Hyperball gehen. Oder mit dem Superball. Oder so! Mensch! Na, endlich! Ja, Mute wurde gefangen. 2000 EP. Das schmeckt aber auch. Und das haben wir uns sehr, sehr verdient. So. Brodegos! Mewtwo! Mewtwo und Mew weisen beide sehr ähnliche Gene auf. Doch hinsichtlich ihres Charakters und ihrer Größe unterscheiden sie sich erheblich. Ja, man kann sagen, Mewtwo ist fast schon ein erwachsener Mew. Voll geil! Ja, und jetzt ist so die Frage, haben wir irgendwas bekommen durch den Kampf oder so? Guck mal kurz in meine Balltasche rein. Ich glaube nicht. Okay. Gucken wir uns doch ganz kurz mal Mewtos Werte an. Ja, Moinsen. Gucken wir auch mal auf den Spezialangriffswert. Aber erstmal die Richterfunktion. Ja, klar. Spezialangriff gut. Und okay. Also seine, seine DV eigentlich komplett im Arsch. So, obwohl es sehr großes Potenzial hat. Ähm. Schlechte KP, schlechter Spezialangriff und es kommt auf den Spezialangriff an. Tja, dafür Spezialverteidigung und Init ganz gut, aber der Angriff ist ja vollkommen, ne, unnötig. 232 Spezialangriff, ne. Okay. 232 Spezialangriff. Merken wir uns das mal. Im Vergleich zu Simsala. Ich glaube, seine Innit war bei irgendwie 180 oder so, ne. Guck mal, wie viel stärker da Simsala ist. Warum konnte er nicht vorher angreifen, Alter. Ach, wie. Ja gut. Das scheint wohl die Azuria-Hülle gewesen zu sein. Im Großen und Ganzen. Das ist so das Ding. Und jetzt ist die Frage, was machen wir noch im Let's Play? Ich könnte an sich sagen, wir beenden das Let's Play an der Stelle. Aber da gibt es ja noch die Möglichkeit, irgendwie... Oh, 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 cool. Da gibt es ja aber noch die Möglichkeit, irgendwie, äh, irgendwie hier an Meisterbälle zu kommen. Was dahinter steckt, gar keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Äh, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite könnten wir jetzt auch die Meistertrainer besiegen. Aber ich denke mir so, hm, muss das? Ich denke ja schon fast nicht. Komm, wisst ihr was? Wir nutzen ein Fluchtseil. Wir haben ja eh wahrscheinlich alles hier schon gesehen in der Höhle. Deswegen müssen wir jetzt auch nicht weiter hier rumpalaverisieren. Und wir haben echt 20 Minuten gealtert. Das ist ja nicht normal. Hey, red uns Kai! Au, sag nicht, du hast... Hast du dieses mega starke Pokémon echt schon gefangen? Äh, verstehe. Mewtwo heißt es also, hä? Oh Mann, jetzt bin ich aber schon ein bisschen neidisch. Ja. Da warst du wohl schneller als ich. Und sie wird bestimmt auch nicht begeistert sein. Wer? Na, das Mädchen, dem ich begegnet bin. Es war wohl auch auf der Suche nach Mewtwo. Viel geredet hat es nicht, aber es schien mir unheimlich stark zu sein. Egal. Die Sache wäre also abgehakt. Hier, das kannst du vielleicht mal gebrauchen. Vielen Dank. Das Mädchen ist übrigens auch irgendwo hier. Wenn du ihm begegnest... Ihm? Ist es ein Mädchen oder ist es ein Junge? Dann sei bitte nett und zeig ihm, Mewtwo. Du weißt schon, damit es nicht vergeblich nach den Pokémon sucht. Okay, also das mit den... Pronomen und den weiteren rechtschreiblichen Bestandteilen. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Loll, seit wann fliegen hier so Ibitax rum? Ah, Flug-Gedönshaftigkeit, ne? Klar. Aber gut, alles klar. Dann würde ich sagen, beenden wir auch den Part. Werden im nächsten Part wahrscheinlich... Grün suchen, also das Mädchen. Wovon wir genau wissen, okay, das wird auf jeden Fall... grün sein. Hinter den Ohren auf jeden Fall auch, Lul. Aber, ja. Ich glaube, wir fliegen jetzt so hoch, dass wir auch über dem Wasser fliegen können. Wir müssen gar nicht mehr surfen. Ach, Lul. Können wir auch über die Brücke fliegen? Das geht auch. Okay, Glura kann jetzt gerade alles machen, was es will. Kann ich hier auch absteigen? Über den Poké... Mount Center. Da kommt's schauen. Ne, leider nicht. Aber gut. Dann wäre ich für heute raus. Brudingos. Immer daran denken, wie gesagt, einen Daumen nach oben dazulassen. Und ein Abo, wenn ihr neu seid. Also dann, bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Und bye. Bis zum nächsten Mal. B Untertitelung des ZDF, 2020